halli hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play happy wheels ja es ist samstagabend zehn nach zehn und mir ist eingefallen ja ich habe vergessen die happy wheels folge aufzunehmen ja ich hatte auch viel zu tun wir haben noch anderes game aufgenommen richtig geiles ich weiß nicht ob schon hochgeladen ist oder nicht also wenn ihr das video seht meine ich und ja ich will auch mal eine ankündigung machen und zwar es wird jetzt so sein dass happy wheels nicht mehr so oft also das halt nicht mehr jeden tag hochgeladen wird weil ich sowieso jeden tag ein paar touristen hochlad und wahrscheinlich dann noch jetzt wenn es kommt minecraft adventure map und das spiel heißt hier heißt es könnte oder so irgendwie so und ja die seite reloaden hat wenn ich ganz funktioniert sorry play so jetzt sollte das nur noch ein bisschen schneller laden ich weiß auch nicht warum mein internet gerade so lahm ist jetzt jetzt funktioniert es doch und 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 sagt mir dass ich das wieder bei 48 hängen bleibt hallo so endlich geschafft musik aus gut könnte sein dass das spiel jetzt ein bisschen leg ist es ist ja auch gerade nicht richtig gestartet ich hoffe das funktioniert jetzt muss man das mikrofon richtig richten damit ich da richtig rein sprechen kann so fernbedienung aus der hand und wir suchen das erste level von den 22 9 können ja ja zu kommen müssen wir natürlich auch den poko nehmen hier ist es der hier war er gibt es schon wieder neuen und charakter bei legt mich ich nehme anderes rating loaming levels und nein das geht wieder soe weg oh mein gott komm schon bitte die zeit tickt tickt gut jetzt kack nicht abhören wir raste nicht aus ich bin ganz ruhig warst du behalte ich gut doch irgendwas zu sagen solange das spiel genau wenn ihr irgendein vorschlag habt was für 53 fps shooter mal wieder testen können schreibt es einfach in die kommentare aber bitte bitte keinen von area games erstens hat mich schon ein und zweitens games ist scheiße gut wir nehmen tic tac tor ich weiß nicht ob ich schon hatte boah komm schon jetzt leck mich doch am arsch gut dann nehmen wir halt ein anderes welch gehabt epic domino jedoch press the button to start okay wait for the camera habe ich schon die macht juhu also was habe ich auch noch nie gesehen und domino teil haben wir gut gelungen okay das war es schon ziemlich cool gemacht das war es schon echt Obviously der gut da hat es ja der sound ein bisschen durcheinander gespielt keine ahnung warum ultra bottle run ich weiß nicht bei bottle run hängt sich mein pc immer so ein bisschen auf Ich will mal den opi bei bottle ran sehen der hat ja so ein kleines so ein klein nitro boost Okay Dann scared of bottle runs ist eigentlich für den Vater mit dem sohn gedacht aber ist egal Okay Wir nehmen den vater mit dem sohn Bonny sagt mir nicht dass es ein problem gibt Ich habe solche probleme jedes mal wenn ich dieses scheiß spiel spiel ganz ehrlich Aufregen Harpoon run Ja Welcome to my harpoon level remember to save replay enjoy Hallo Gut da bin ich auch schon wieder gestorben sagt noch einmal Geil das hat uns jetzt richtig durch teilt Noch einmal Gibt es ja gar nicht noch einmal Das zieht mir immer den scheiß schädel daraus hier also einmal durch die Ja ich fliege ich fliege ich fliege und wo es eigentlich das ziel ist es eigentlich unmachbar hier geht gar nicht Komm schon ich bin noch ich bin noch drauf ja Nein 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 Bitte 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 scheiße Oh man Gut Für das level habe ich jetzt lange genug gebraucht Ich nehme jetzt ein anderes Aber es war schon cool gemacht ja Muss ich jetzt sagen Super Pogo Super Jump Ist ja logisch wenn wir dann nehmen So JB Und Very Bad In einem Sprung Me Und okay 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 schaffe ich nicht Aber gut und okay schaffe ich Hallo So jetzt kommt gut No problem great und hart schaffen ja sogar mit einem Sprung So was steht hier okay I admit that was too easy now here is a real challenge now ready yes Okay das ist jetzt das ist jetzt aus so was hatte ich sicher schon mal Nein Ja Yes So jetzt kommt damen Okay das war das war jetzt ein fail Aber ich habe es geschafft immerhin Chuck Norris war doch gerade eben da schon oder Oha da ist ne Mine drauf Oha Das schaffe ich ja nie im Leben Oder auch Doch Nein Ich habe mich selbst geköpft doch du scheiße Nochmal also Gut Jetzt gehen wir über das good dann gehen wir über great ich glaube so ein glück wie gerade eben werden wir nicht nochmal bekommen dass wir über diese ganzen Lücken da durchkommen Also Hallo wieso wieso zieht der nicht durch jetzt durchziehen Also hier beim pro kommen vielleicht noch drüber aber Das ist ja auch nicht so schwer Aber jetzt live wo expert kommt das ist ja Oder was steht da keine ahnung was da steht Ist mir doch eigentlich ganz schön wurscht muss ich sagen Ich muss einfach gucken dass ich durchkommen was ich im moment nicht tue Weil ich jedes mal verdammt nochmal zu hoch springen Jetzt Ah Gibt es das denn hoch Ich habe gesagt dass ich da nicht mehr so Nein jetzt hätte ich es beinahe Okay Ich spring nicht über pro zurück Jetzt ganz konzentrieren gut konzentrieren Boah ey langsam wird es mir echt zu dumm Ich kann mich gar nicht mehr richtig konzentrieren Und ich habe es geschafft Ja Ich habe es geschafft Und jetzt muss ich über dem durch drüber Was aber nicht so schwer ist Jetzt kommt wieder chuck norris Das übliche spiel Der mine Gut Die wäre jetzt weg die mine Jetzt könnte hier Ohne probleme theoretisch durch Wieso springt der immer nur so Pussyhaft Jedes mal das gleiche Und ich hätte es gerade wieder fast geschafft Also wenn ihr die level macht Dann testet sie bitte auch vorher ob sie machbar sind weil das ist ja wirklich sau schwer hier Ich frage mich warum das eine gute bewertung bekommen hat Gibt es ja gar nicht ich bin da ja immer verzweifeln hier Nein Jetzt wollen wir mal männlich bleiben hier Jetzt darf ich es nicht verkacken Ja Master of happy wheels Okay Komm schon Was Ich habe gewonnen Ich habe gewonnen Ich habe gewonnen Ja Richtig geiles level Sau schwer Muss ich sagen Aber hat sich gelohnt Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme Ich hoffe euch hat es gefallen Bis dahin Ciao